Minecraft... aber ich muss die ganze Zeit laufen. Okay, hier sind wir und jetzt geht direkt los. Und go, ich muss laufen laufen laufen. Ich darf nicht stehen bleiben. Okay, ich brauche nen Baum. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Ah, nein... Wie soll ich das denn abbauen, wenn ich die ganze Zeit laufen muss? Okay, den da, den können wir holen. Den können wir holen. Guck, ich laufe, 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 ich laufe. Wenn mich jemand von außen sehen würde, würde ich hier die ganze Zeit wie so ein Wilder rumlaufe. Uaaaahhhh! Okay, jetzt habe ich fünf Volts, aber wie soll ich das verkraften? Ich kann ja gar nichts damit machen, ich kann ja nicht stehen bleiben. Oh nein, das heißt, ich muss für immer und ewig weiterlaufen. Vielleicht können wir irgendwas Spannendes finden, so ein Tempel oder so. Ich glaube, da ist ein Dorf. Okay, Dorf, bitte enttäuscht mich nicht, du musst irgendwas Schönes haben, irgendwas Cooles. Hi, ihr kriegt mich nicht, ich bin zu schnell. Ich komme, Dorf. Hallo, meine sehr verehrten Villager und Villager. Ey, wisst ihr was, wir sind jetzt richtig mutig. Wir können nicht mehr laufen, wir können nur noch gehen. Und wir machen eine Verfolgungsjagd. Ich sagte Verfolgungsjagd. Er folgt mir, oh nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du kommst nicht an mich ran. Komm, wir boxen ihn nochmal. Nein, was? Er hat mich gewoneshottet. Holy shit.